Bei uns sind Ihre Daten sicher. Abgesicherte Messräume, Besprechungsräume und Vorbereitungsräume für Ihre Prototypen sichern Ihre Daten in jeder Situation. Das RoboBip Testcenter ermöglicht automatisierte, experimentelle Modalanalyse. Diese Fahrzeugkarosserie beispielsweise hinter uns wurde in nur einer Nacht komplett vermessen, inklusive dem Unterboden. Der Leistungsumfang von Polytech erstreckt sich von der Beratung über die Testvorbereitung und die Messung bis hin zur Auswertung der Betriebsschwingformen und die eigentliche Modalanalyse. Danach stehen die Daten für ein Model-Update zur Verfügung. Rufen Sie uns an. Vereinbaren Sie einen Termin in unserem RoboBip Testcenter. Polytech – stets zu Diensten. Σ Bud consult amos Appletype Dies Tab Äś S ab Ö bump ork